assalamu alaikum meine lieben hier ist wieder die radiga und hier in dem absoluta wir haben ein paket bekommen für die kinder mal ich habe und abu die die coco ist wieder weg und hat sich schön gewaschen ist damit jetzt sind wir hier wir haben ein paket für die kinder da sind ganz viele schöne geschenke drin und da machen wir jetzt auf nein nein die gegner geht mal weg mausig sagt mal die kinder die sollen hier vorne ich bringe sachen und dann kriegt jeder in die hand sagt wir machen die idee also das von der lieben yvonne guck mal wie die sich freuen sich sehr also die betracht abu die allah guck mal habibi oh die betracht coco und nafisi und schufi die mummkinen jones a shan heja sogar lau was ist das ah das ist wieder ein zettel was ist das ah das ist wieder ein zettel was ist das ah das ist wieder ein zettel was ist das ah das ist wieder ein zettel oh oh wow wow schufi wie abu die oh der küsst dich mich ist das buch die buch habibi ah und die betracht mummkinen nafisi und schufi die mummkinen jones a shan heja sogar lau saraya enti die betracht jones schufi die hat gesagt wenn es im jones abu die zu klein ist also wir haben das ist die gigabass wahetane so jetzt können wir gucken ah ho wow wahetane abu die säge die 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 sind wie neu waha und kolo kamen maschan corona das paket war jetzt drei wochen unterwegs mhm er kabir mascha ala kweis uba adean also sind zu groß für ihn man könnte dann passen sie wow ok haben die abu die die koko also leider könnten die mazine zohlchen addiculu abu die abu die abu die t-shirt 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 jones die betat abudi die betat coco die coco hat jetzt hier viel bekommen die nach wie sie nicht so viel kleine sekunde also so viel ich tue mal alles raus da könnt ihr mal sehen also und jetzt das war's mit dem paket abudi amelia guck mal der ist so happy abudi alhamdulillah jetzt ja jones ist auch happy bin ganz glücklich so jetzt gucken wir die sachen an ladim schuli schukran yvonne yvonne ameldi mich enni wie man yvonne betat yvonne danke yvonne hat sie gesagt bist du guck mal eine kleine bühne die solle bett oder ala fusten oha seraya die betat coco der fahrt saksa leute das sage ich euch was ist das eine spüne abudi abudi Die Abuddin. In Kirschen. Ja? Maffishi. Ein Kirscht T-Shirt. Die Sacken. Aua. So. In Kirschen. Sehr schön. Ja? Die Koko. Koko kettier. Bist, be quiet. Ah. Eskot. Eskot. Siktor Penny. Koko hat die Klappe. Ah. Oh, die. Die Bitat Maya. Yallah. Ah, die Nafissi. Mümkün. Ach, Nafissi. Schauen wir mal, was hier steht. Also, wie gesagt Leute, wir haben jetzt hier, wenn es interessiert, wir haben hier das Paket, kann man mal kurz zeigen. Also, was kostet so ein Paket zu schicken per Post? 52,99 Euro. Dann sind es 7,4 Kilo. Bis 10 Kilo sind, wie gesagt, dieses Geld. Und dann muss man hier noch, hier haben wir 700 noch was ausgelöst. Also, wir haben gerade 19 Pfund, 1 Euro. Dann könnt ihr euch ausrechnen, was sind 700 Pfund. Ich habe jetzt keine Ahnung. 30 Euro. Also, so 80 Euro hat das Paket jetzt hierher gekostet. Ne? Und die Schwägerin, die hat diese 700 Pfund bezahlt. Und die Portokosten haben wir jetzt übernommen, damit das Paket hierher kommt. Natürlich. Oh, die Nafisi. Aha. Fusten, Habibti, Schufi. Jibi. Ah ja, ah, Jibi. Ich sage immer Fusten, so. Fusten ist ein Kleid. Hello. Und Lerginstacht. Und die Solobet. Ah ja, Kullu Solobet. Und die Male, Habibti. Oh, das ist ein schönes Kleid. Wow. Jalla. Shukran Yvonne. 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 Also, hast du sehr glücklich gemacht heute, muss man sagen. Wir sind auch wirklich, und die Socken sind auch cool. Pferdesocken. Wow. Ja. Alhamdulillah. Die Schwägerin, die tut schon sortieren, wer für wen, was für was. Ne? Koko. Koko. Nafisa. Die sortiert. Und die Barbies muss man ja auch mal zeigen. Waha. Ist das süß. Oh, sind die süß. Hallo Achahles. Shukran. Habibti Chalas. Die sagt immer Danke, Danke Yvonne. Oha. Und hell war für Stanley. Ja, sogar lange. Nagelack hat die. Oha. 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 Oha, Wie Oha. 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 Guck mal die Spinnen an. Da hat jemand Spinnenlieb in Deutschland. Und was haben wir da noch? Ein Boot? Die ist gestern gefallen, die hat sich nämlich gestern Schambek, das heißt auf ein Motorrad oder Torosickel, ich weiß nicht was sie gesagt hat. Und dann ist sie runtergefallen, hat sich aufgeschirft. Die Kleinen machen das auch schon. Aho! Kuckoo! 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 Kuckoo!